ja herzlich willkommen zurück zu let's play deadline wie immer fränkisch also wir waren hier irgendwo stehen geblieben in etwa schauen wir mal ach nee da waren wir doch schon da war ich doch schon mal da links ist ein fenster auf ich will das sehe ich ganz deutlich ja 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 haha eine kopierte seite aus einem alten medizinischen fachbuch cool noch eine sekunde so gut ach ja das war das war ja der Mist hier ich dachte da wäre ich schon gewesen ein Musik box Shannon gave Lydia one just like this for her birthday were they here a slaughtered family and another graffiti signed by the new law this is what happens to those who steal from death the new law oh und hier eine musik box okay hello zombie what's up here also da darf ich nicht weiter hoch okay tagebuch seite cool okay Die Tage, die Verbrauchten zu verbreiten, haben durchgegangen. In K-Shaw, we shot at anything and everything. But the days of wasting bullets are gone, Randy. I'm not sure you ought to do it. Ben Parker, since when did you ever have a problem with excess? I need to learn how to shoot this thing. I'm sure I'll need it. This ain't like the rifle you carried in the mountains. First, you need to load it. The key resides in being quick. Like those guys in the casinos with cards. Quick fingers, soft hands. Practice makes perfect. What do you think of that, Ben? Well done, comrade. Now you have to show me your aim. Try to shoot that can over there. That'll be easy. This? Nein. What's this? I'm going to go with it. Ken, dida? Ach, there's there. Eh, how do I shoot? Hello? Ah. Ah, okay. And here with the mouse. Okay. Und gleich wieder nachladen. Kid, I like your style. Ja. Well, let's think of something harder now. Hey, you see that crow? Plunk it before it flies off. Ich hab's aber doch erwischt. I think it's time to do something about this poor bastard. It's cruel to leave him tied up like that. Let's put him out of his misery. Take the shot, Randy. Let's do right by the poor soul. Okay, schieze auf den Schatten. There's no glory in killing the dead a second time. This is just what it means to survive now. Make sure you always aim for the head, Randy. Always in the head. Ob ich doch. Schnell noch was mitnehmen. Okay. Ups, was denn hier? Ah, Munition. Ja, nu? Und nu? Schieze auf das Schloss. Ah. 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 Moment. Schnappen wir uns gleich nochmal Munition. Achso, warte mal. Das erste Mal nachladen. Kann ich jetzt? Jetzt nochmal volle Munition. Yeah. Okay. Hello. Oh. In pursuit of a white van in the center of Seattle, our goal is to take down our enemy. Repeat, in pursuit of white van Charlie White. That's Parker's motorhome. Oh my god. Uh. So, das habe ich doch jetzt gut gemacht. Nachladen, okay, habe ich. Das ist in Stadt Seattle, bla bla bla, Status aktualisieren, okay. What is this? Ach so, Verbandskasten. Ups. Ähm. Äh. Wow. Okay. Ja, und nun? Ach so, da kann man durchkriegen. Oh, Mann. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ob man einen Weg finden. Okay, irgendwas. Lee, one store. That water tower looks weak. I could tackle it down. Ach so, ich kann von hier oben die Tür öffnen? Cool. Okay, tackle it down. Ähm, kann ich da einfach dagegen rennen, vielleicht? Whoa. A waste of precious drinking water, but I have to find my friends, my family, the fire should be out now. Ah ja, dann, ach so, jetzt muss ich wieder komplett zurück. Ah, ich see. Ach, Gott. Warte mal, da drüben komme ich dann wieder hoch. Das heißt, wenn ich jetzt... Come on. Come on. Come on. Was mit dem Ande, der ungeplumpst ist? Dein Todquang. Upsa. So, hier. Okay. Okay. das ist eine beschwerde an die polizei von ziertel nachbarn komm her dann fällst du runde ich bin ich gut und wieder ein stockwerk hören irgendwann plumpst ich da wahrscheinlich von ganz oben ganz runter was ist ja ich sehe das nicht ach so vielleicht so ein wandsprung aha ja und kann man da drin noch was aha in jeder dunklen ecke liegt was sechs bullets sehr schön ja komm mal her komm da mal alle her ihr dicken fetten säcke okay und jetzt komm ich da irgendwie drüber nö komm ich da durch ne auch nicht okay da oh wow wow ne ah hier komm ich hoch freaks looks like somebody had a hard time with the end of the world everybody reacts to fear differently wo sind eigentlich diese ganzen zombies hin schatten wie sie hier heißen okay 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 hello give me whatever you have geheimnis geheimnis stop nein ich dachte ich hätte was gesehen komm schon ist da wirklich nix da drüben das ist auch egal ne ich komm nicht hin okay 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 hello hello um das ist der Helikopter die meine Freunde los 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 schnell meine Freunde sind in danger halt stopp 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 und nun o oo ne aaah Okay, wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis demnächst. Tschüss.